Die Außenministerin hat einen Beauftragten ernannt. Das ist ja fast schon die Karikatur von Außenpolitik. Also beide sind für Deutschland furchtbar. Der Scholz steht hier ehrlich für diesen ganzen linksgrünen Desaster. Das ist Teil seiner Politik, das will er so. Beim März ist es so, der täuscht, der betrügt die Wähler ja. Meine Damen und Herren, ich habe einige News für Sie. Fangen wir mit diesem Video an. Ja, Lemke sagt ja, es geht überhaupt nicht, dass jetzt die Diskussion über Abschiebung hier in diesem Land läuft hinsichtlich der Syrer in diesem Land. Ich sage, wenn ich solche Videos sehe, ganz glanz klar, wir können da einige Leute abschieben. Nämlich genau solche Leute, die Folgendes auf den deutschen Straßen von sich geben. Ja, die passen super nach Syrien jetzt zum neuen Regime. Es ist ja alles, was ich sage, ganz glanz klar, Übrigens, das in Syrien war kein Bürgerkrieg. Es war ein Stellvertreterkrieg, der von über 100.000 Dschihadisten geführt wurde, die aus der ganzen Welt nach Syrien eingeflogen waren. Darüber hinaus war es natürlich auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA. Was ist aus mit der Vertrauensfrage? Die AfD verlangt seit drei Jahren, dass es zu Neuwahlen kommt, und dass es mit der Ampel nicht weitergeht. Wir haben jeden Monat 20.000, die über unsere Grenzen kommen, unkontrolliert. Die Klima-Energie-Politik macht unsere Wirtschaft kaputt. Wir brauchen unbedingt Neuwahlen. Und dafür wird die AfD auch stehen im Bundestag, keine Frage. Nur wird es nach der Wahl auch nicht viel besser mit Merz. Das ist ja genau das Problem. Der will ja mit SPD und Grün weitermachen. Das heißt, wer wirklich Veränderung will, der muss die AfD wählen. Und einige Leute bei uns, ganz wenig, aber nur, sagen, der Merz ist noch schlimmer als der Scholz. Wegen dieser Raketen, Taurus-Raketen, die dann, Merz ist ja da völlig begeistert, zur Verfügung gestellt werden soll, die Moskau erreichen können. Das ist ein Wahnsinn. Aber insgesamt wird die Fraktion für Neuwahlen entscheiden. Wird es von der Fraktionsspitze eine Empfehlung für die Abstimmung geben? Die Empfehlung macht die Fraktion sich selber. Wir werden das in der Fraktionssitzung, jede Fraktion macht das vorher, auch die AfD, werden wir die Dinge besprechen, wie wir uns verhalten, wie die meisten sich verhalten. Der einzelne Abgeordnete ist frei bei allen Fraktionen. Da gibt es keinen Zwang. Und in der Regel funktioniert das ganz gut bei uns. Sie haben es eben schon angedeutet, vielleicht noch einmal so, ist Scholz das kleinere Übel als Lars? Also beide sind für Deutschland furchtbar. Der Scholz steht hier ehrlich für diesen ganzen linksgrünen Desaster. Das ist Teil seiner Politik, das will er so. Bei Merz ist es so, der täuscht der, der betrügt die Wähler ja. Der hat alle unsere Programmpunkte übernommen in der Migration, tut so, als wenn er sie umsetzen könnte, wird aber nur mit SPD und Grünen noch zusätzlich wahrscheinlich koalieren. Er wird nichts davon umsetzen können. Das ist ein Betrug durch und durch in allen konservativen Wählern. Und das müssen wir unseren Leuten klar machen. Das müssen die Wähler klar machen. Wer eine wirkliche Veränderung will, der muss AfD wählen. Ja, mit welcher Botschaft gehen Sie in die Bundestagswahl? Wir gehen mit der Botschaft in die Bundestagswahl, dass wer wirkliche Veränderung will, Wirtschaftspolitik für Deutschland, für deutsche Arbeitsplätze, für neuen deutschen Aufschwung, der muss die wirkliche Alternative wählen, die AfD. Die CDU tut nur so, sie macht weiter Rot-Grün in der Koalition. Das wird schrecklich für Deutschland. Ja, gutes Interview von Baumann. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ProSieben ja momentan sehr viel Agenda macht gegen die AfD beziehungsweise auch hier natürlich Einfluss nach mal auf den Wahlkampf ausüben möchte. Jetzt gab es dort eine Sendung bei Joko und Klaas, wo alle drei Spitzenkandidaten geladen waren, außer natürlich eine Alice Weidel, die hat man natürlich ausgespart. Und da wurde dann nochmal appelliert, dass man doch demokratisch sein sollte und so. Also Sie kennen ja diesen ganzen heuchlerischen Kram, der da gesagt wird. Ja, da wird nochmal ein Video zu kommen, wollte ich schon mal so sagen. Ein Habeck hat es sogar auf seinem Kanal repostet. Das soll schon alles heißen. Also Joko und Klaas sind auch nichts anderes als, ja, sage ich mal Systemlinge, die entsprechend alles versuchen, um ihre, ja, gratis Mut zur Schau zu stellen. Ich finde, die Bundesregierung muss raus aus jeder Teilnahmslosigkeit. Die Top-Priorität der deutschen Außenpolitik muss jetzt sein, für stabile Verhältnisse in Syrien zu sorgen. Das können wir nicht alleine, das müssen wir mit anderen zusammentun. Wir müssen alles dafür tun, dass dort keine Verfolgung stattfindet. Und dann sind nämlich die Voraussetzungen gegeben, dass viele Menschen, es sind ja fast eine Million aus Syrien, die zu uns geflohen sind, dass viele dieser Menschen auch wieder zurückkehren können. Doch Baerbocks-Worten folgen bisher keine Taten, sondern die Einsetzung eines Syrien-Koordinators. Die scheidende Außenministerin offenbar von Reiseunlust befallen. Diese Chance muss genutzt werden. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich Außenpolitik macht, dass jemand vor Ort ist. Die Außenministerin hat einen Beauftragten ernannt. Das ist ja fast schon die Karikatur von Außenpolitik. Sie muss selbst in die Region fahren, muss mit den Golfstaaten sprechen. Ja, das sollte sie tun. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass eine Frau Baerbock ein Elefant im Porzellanladen ist und wahrscheinlich auf einer solchen Reise mehr Schaden anrichten würde, als dass es irgendwas bringen würde und die Lage stabilisieren würde im Nahen Osten, beziehungsweise in Syrien direkt. Ich muss mit der Türkei, unserem NATO-Partner sprechen. Die Bundesaußenministerin empfängt heute in der Villa Borsig etliche europäische Kollegen. Die Themenpalette könnte bunter nicht sein. Ukraine und Syrien, Russland, Iran. Es öffnet sich ein Fenster, um möglicherweise etliche Krisen an Europas Grenzen zu befrieden. Na, dann dürfen wir uns ja jetzt wieder freuen auf neue Nachrichten von unserer besten Außenministerin aller Zeiten, was so bei diesen Treffen herausgekommen ist. Vorschläge gemacht nach Israel, was sie alles nicht tun dürfen, aber auf keinen Fall die Hisbollah entwaffnen. Also der Grund, warum jetzt das Assad-Regime zusammengebrochen ist, war im Wesentlichen, dass die Hisbollah als Schutzmacht ausgefallen ist. Und natürlich auch jetzt wieder, also auf keinen Fall dürfe man also syrische Häfen und Flugplätze bombardieren, was Israel macht in der großen Kampagne. Ich glaube, das sehen alle Nachbarn anders, weil die Leute, die sich da jetzt gerade anschicken, die Regierung zu übernehmen, Justizminister heute, übrigens gerade ernannt, hat schon mal gesagt, also alle Frauen natürlich, die bislang Richterin waren, das ging in Zukunft nicht mehr. Also man orientiert sich so Richtung Taliban. Also dass diese Leute keinen Zugriff mehr auf Chemiewaffen und Kampfflugzeuge haben, ich glaube, da alle in einer anderen Region, auch wenn sie nicht Israelis sind, atmen auf. Und schauen wir auf Ihren Aufreger des Tages. Da werden wir wohl noch mehrere Male drüber berichten können, denn die Diskussion geht ja gerade erst los. Wieder mal eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Wüstenstaat. Freuen Sie sich auch schon so wie wir? Also Katar war auch noch nicht heiß genug. Jetzt geht es gleich nach Saudi-Arabien. Da sind die Temperaturen noch mal höher. Ja, also die bleiben sich treu. Bei der FIFA muss man sagen. Also immer Händchen halten mit Diktatoren. Was mich so ein bisschen stört, dass wir das ja über Umwege mitfinanzieren, über unsere Fernsehgebühren. Denn also die Rechte sind sehr, sehr teuer für den Fußball. Und ich finde, das könnte man sich doch eigentlich mal in Deutschland auf die Fahne schreiben. Keine öffentlichen Gelder für Mafia-Organisationen. Das wäre doch mal ein Vorschlag. Ja, der ÖRR ist ja auch selber nichts anderes als ein Mafia-Verein. Also passt das ja irgendwo schon. Die Mafia arbeitet mit einer anderen Mafia zusammen. Da haben sich zwei beste Freunde gefunden. GIZ gehört abgeschafft. Und Fußball wird man sicherlich auch umsonst bei RTL oder anderen privaten Sendern schauen können. Und zur Not zahlt man dann halt mal fünf bis zehn Euro, um sich an der WM oder so anzusehen. Auch das ist ja keine große Herausforderung. Besser zumindest als jedes Jahr über 200 Euro für GIZ-Blechen zu müssen, ohne dass man die Wahl hat. Gleich geht es mit dem Video weiter. Doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.